Und wieder eine Destination weniger, wo wir Österreicherinnen und Österreicher hinreisen können. Denn ab 1. September, da macht auch Ungarn seine Grenzen dicht. Und da heißt es, dann nur noch aus driftigen Gründen ist die Einreise erlaubt. Und jetzt bleibt es weiterhin spannend, denn der UEFA Super Cup wird dennoch ausgetragen. Jede Mannschaft bekommt 3000 Tickets, auch für die eigenen Fans. Dennoch, auch hier dürfen die Gäste nur mit zwei Corona-Tests einreisen, die innerhalb von zwei Tagen auch durchgeführt werden müssen. Beide müssen negativ sein. Die Fans werden dann direkt vom Flughafen auch zum Spiel gebracht. Und dann auch geht es direkt wieder retour. Man sieht, in Zeiten von Corona, da wird man auch kreativ.